Die Apostelgeschichte setzt erstmal die Botschaft fort, die Johannes der Täufer Jesus und seine zwölf Aposteln in den Evangelium begonnen hatten. Lukas, ein Arzt, ist der Autor, derselbe Mann, der das Lukas-Evangelium schrieb. Die Apostelgeschichte ist daher quasi Band 2 des Lukas-Evangeliums. Das Evangelium vom Reich kündigte das Kommen des Königs von Israel, des Messias, an. Jahrhundertelang hatten die jüdischen Propheten verkündigt, dass ein Messias-König kommen würde, um ein irdisches Königreich zu errichten, in dem er regieren würde. Im Laufe der Jahrhunderte sehnte sich das jüdische Volk zunehmend nach einem König, der das Königreich errichten würde, in dem es nicht länger unter der Herrschaft der Heiden stehen würde. In diesem Königreich wird Israel die Prophezeiungserfolge unter den Nationen der Erde eine herausragende Stellung einnehmen, Deuteronium 28, 1 und 13, und einer Nation von Priestern sein, Exodus 19, 5 und 6. 5. Mose 28, 1 und 13 Vers 13 Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz, und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Exodus 19, 5 und 6 Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und mein Bund bewahrt, so solltet ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die ihr den Kindern wen? Den Kindern Israel, sagen sollst. Der König, oder Messias, wurde nicht nur über Israel, sondern über die ganze Erde regieren. Zachariah 14, 9 Und die Hauptmerkmale des Königreichs wurden Frieden und Gerechtigkeit sein. Isaiah 2, 1 durch 11 und 11, 1 durch 10 Mit der Geburt von Johannes der Täufer stellte Gott das prophetische Amt wieder her und die Prophezeiung begann erneut. Nach Jesus' Antwort an den reichen jungen Herrscher und seine verblüffende Bemerkung an den Zwölf, dass es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr geht, als dass ein Reicher in ein Reich Gottes hineinkommt, fragten ihn die Jünger, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bezeichnenderweise drängte Petrus Jesus um weitere Informationen. Matthäus schrieb, Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus sprach aber zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachfolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Jesu ausrichten. Die Worte Jesus waren etwas, an dem sie sich festhalten könnten. Das war beste Nachrichten, wie Peter, Jesus' Worte drangen tief in ihre Seelen ein. Dies geht aus ihrer Frage an ihn nach seiner Auferstehung hervor. Lukas schrieb, Hosegeschichte 1, 6 durch 8, Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht euer Sache, die Zeiten oder die Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf auf gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nach der Auferstehung Jesus von den Toten stand für die Apostel das Königreich im Vordergrund. Und warum nicht? Johannes der Täufer, Jesus und der Zwölf hatten drei Jahre lang, während Jesus' irdischen Wirken verkündet, dass es nah sei. Hatte der Herr nicht versprochen, dass die Könige über die zwölf Stämme Israel regieren würden? Hatten sie ein solches Versprechen vergessen? Nein. Doch zu ihrer Bestürzung wich der Herr ihre Frage aus und wollte den Zeitplan des Königreichs nicht preisgeben. Stattdessen sagte der Herr ihnen, sie sollten auf das Kommen des Heiligen Geistes warten und seine Zeuge sein. Während der Herr sich weigerte, eine klare Antwort auf ihre Frage zu geben, ging die Jünger weiterhin davon aus, dass das Königreich unmittelbar bevorstand. Daher bestand die erste Aufgabe darin, die Stelle des Judas zu besetzen. Das Königreich, die zwölf Apostel benötigte, um die zwölf Stämme zu richten, müsste die freie Stelle sofort gefüllt werden. Apostelgeschichte 1, 15 durch 26. Apostelgeschichte 1, 16 und das letzte Vers. Ihr Männer und Brüder, Petrus spricht hier. Ihr Männer und Brüder, es muss dieses Schriftwort erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat, über Judas, welche denen, die Jesus gefangen nahm, zum Wegweiser wurde. Es geht um die Stelle des Judas hier, dass er besetzt wird und das Los, das er hier Matthias bekommen hat. Dass das Los dieses Dienstes und Apostelabend zum Fang, von dem Judas abgewichen ist, um hineinzugehen, an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde zu den elf Aposteln hinzugezählt. Apostelgeschichte begann mit großer Hoffnung. Die Nation hatte eine schreckliche Sünde begangen, als sie ihren Messias König kreuzigte, aber er war auferstanden. Die Hoffnung blieb lebendig. Die jüdische Nation konnte immer noch böse tun und den König und sein Königreich haben. Petrus verstand das klar. Petrus wandte sich am Pfingsten an das jüdische Volk in Jerusalem. Das sehen wir in Apostelgeschichte 2, 5, 14, 22, 29 und 36, um sie erneut den König und das Königreich anzubieten. Bevor wir uns mit dem Predigt des Petrus befassen, müssen wir eine wichtige Tatsache betrachten. Petrus wandte sich nur an Juden, nicht an Nichtjuden. Seine Botschaft galt ausschließlich Israel. Okay, Apostelgeschichte 2. Hier ist dann hier die erste Predigt von Petrus, Vers 14. Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen. Ihr Männer von wo? Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Denn die sind nicht berauscht. Warum sagt er das? Weil hier oben haben sie ihn verspottet, weil der Heilige Geist wurde ausgegossen und die sprachen in anderen Sprachen. Und die Leute haben gedacht, die waren betrunken. Die waren alle voll, ja, voll süßen Weins. Okay. Denn die sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch die Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eurer Söhne und eurer Tochter werden Weissagung. Und eurer jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eurer Ältesten werden Träume haben. Halt mir kurz an. Das hier ist aus Joel. Hier Joel 3.1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eurer Söhne und eurer Tochter werden Weissagung. Eurer Ältesten werden Träume haben. Eurer jüngeren Männer werden Gesichte sehen. Okay. Zurück zur Apostelgeschichte. Und Träume haben. Okay. Die haben erwartet, dass der Tag des Herrn kommt. Niemand wusste bisher von der Kirchenzeitalter. Ne? Vers 21. Ohne soll geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von wo? Israel. Hört diese Worte. Jesus in Nazarene. Ein Mann, der von Gott euch gegenüber begläubigt wurde. Durch Kräfte und Wunder und Zeichen. Die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesagten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ne? Die haben ihn gekreuzigt, getötet. Vers 24. Ihn tat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöse, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. David nämlich sagte von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meinen Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zu denen würde auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht von dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger der Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, natürlich spricht er zu Juden, Es sei mir erlaubt, freimutig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus dem Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf sein Thron sitze. Hier wir reden von dem Königreich immer noch. Hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht den Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott aufgeweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt sieht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinen Herrn, setz dich zu meinen Rechten, bis ich die Feinde hinlege als Schimmel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. So soll nun das ganze Haus was Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Vers 36 Wie war ihre Antwort? Als sie aber das hörten, drang sie ihn durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Petrus sagt zu ihnen, Bedenken wir, sie dachten immer noch, dass das Königreich kommen würde, wenn sie Buße tun werden. Dies ist immer noch das Evangelium des Königreichs, das gepredigt wird und nicht das Evangelium der Gnade. Der Kirche ist noch jüdisch, die kleine Herde genannt. Der erste Teil der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 1 durch 8, wird von den Aktivitäten der Zwölf und denen im Zusammenhang mit der Jerusalemer Versammlung dominiert, die kleine Herde genannt, wie wir sehen in Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater gefallen, euch das was? Das Reich zu geben, das Königreich. Schauen wir uns den Kontext an. Gehen wir so 29. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesen Trachten lewehen die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötet. Trachtet vielmehr nach der was? Nach der Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wir als Nichtjuden wurde das Königreich nie versprochen. Es gehört den Juden. Unsere Bestimmungen sind himmlische Orte, wie uns Paulus, unser Apostel, sagte. Epheser 2, 6 und 7, Philippa 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. So, Epheser 2, nimm es bei 4 auf. Gott aber, der reich ist an Erbarm, hat um seinen großen Liebewillen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit den Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt, wo? In den himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in gute an unserer Weise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich ruhmt. Jetzt gehen wir zu Philippa, ähm, nimm es bei Asin auf. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gotteser Bauch, sie ruhen sich in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Vers 20 Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unser Leib, der Niedrigkeit, umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird, seinen Leib der Herrlichkeit, Vermöger der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir bekommen ein Leib der Herrlichkeit. Wir werden verherrlicht. Diejenigen, die das Königreich erben, sind in ihrem natürlichen Körper. Also die werden nicht verherrlicht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. So, zurück zum Skript. In dem ersten Teil der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 1 durch 8, wurde das Evangelium vom Königreich allein der jüdischen Nation gepredigt. Es fand noch kein heidnischer Evangelation statt. Während einige Juden auf die Botschaft, die Reue, reagierten, taten dies die Mehrheit nicht. Die Ablehnung der Botschaft und ihre Träger nahm zu. Der Sanhedrin warnte zunächst Stephanus, sperrte ihn denn ein und richtete ihn schließlich hin, der einer der Diakone der Jerusalemer Gemeinde war. Bei der Steinigung Stephanus wurde Saulus von Tarsus, später Paulus, vorgestellt. Okay, Apostelgeschichte 7, die Steinigung des Stephanus. Stephanus hat seine Predigt oder seine Rede geendet. Nehmen wir die letzten paar Verse, damit wir den Kontext bekommen. Vers 52 Welchen Propheten haben euer Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Nun, natürlich waren es Sanhedrin und die Pharisäer und die Juden, die waren hier, die waren richtig sauer hier über die Rede des Stephanus und die, hier ist was passiert ist, Vers 54 Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschen mit den Szenen über ihnen. Er aber voller Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes. Was? Stehen! Und er sprach, Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Halt mal kurz an. Jesus sitzt nicht mehr zur Rechten Gottes, er steht. Und in diesem Moment hätten die Juden die Rede des Stephanus hier angenommen und Büße getan, denn wäre der Tag des Herrn gekommen, der siebenjährige der letzten Woche Daniels und danach das Königreich. Aber hier ist was passiert ist. Vers 57 Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stirbten einmutig auf ihn los und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Säugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder und hier kommt Paulus ins Spiel, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, räche ihn diese Sünde nicht an und nachdem er das gesagt hat, entschlief er. Also Stephanus war dann tot. Hier kommt Paulus ins Spiel, der früher Saulus von Tarsus war. Und ich glaube, wir werden jetzt diesen Video hiermit beenden und im nächsten Video machen wir weiter mit dem zweiten Teil des Apostelgeschichtes. Also, liebe Geschwister, mein letztes Video wurde von irgendwelchen Neidern sabotiert, die die Wahrheit nicht einverstanden sind. Bitte drückt deshalb die Daumenhoch-Taste für den Algorithmus, damit die Wahrheit an mehr Zuschauer gesendet werden kann, die dies sehen müssen. Ich bin mir die Konsequenzen falscher Lehren sehr bewusst und das ist das Letzte, was ich tun möchte. Ich habe keinen finanziellen Gewinn aus meiner Arbeit und möchte es auch nie tun. Meine Beweggründe sind und bleiben reines Herz, damit ich euch die Wahrheit bringen kann. Ich liebe euch alle im Herrn und möchte nur das Wort der Wahrheit für euch richtig teilen. Bis zum nächsten Mal oder in den Wolken. Maranatha! Maranatha!